so leute und herzlich willkommen genau zu einem neuen video genau auf auf seinem kanal meinem kanal oder auf meinem auf jeden fall haben wir heute oder gibt es heute die flitzefeuerstein von weko mit wunderschönen king's play logo muss das sein schönes altes wego warnzeichen das 90er jahre sogar sehr schön sieht es noch mal wunderschön also das design das ist einfach noch das ist einfach noch richtig schön ich würde mal sagen wir gucken uns die mal an bevor wir die zünden wenn wir das hier irgendwie hinbekommen ah ja das sieht sehr gut aus weil ich weiß schon was mich erwartet ich hatte schon mal die in der hand und die sind also lennart macht dich auf was gefasst sie sind echt wunderschön da bin ich echt gespannt sein papier schön ist das sei noch klasse aus das ist wirklich und das um was zu beachten ist natürlich auch dass die kraut haben echt hier sieht man es durch das ist wieder aus genau leute und die machen wir jetzt und ich freue mich richtig auf die schönen kleinen vulkane von weko so lennart ja flitzefeuerstein schöner flitzefeuerstein von weko von weko oh ja guck wie schnell wie schön das abbrennt ein funk also schön oder richtig schön geil so zum abschluss noch ein fächer genau schöner 3er fächer die farben so schön wenn die noch geben würde leute leider verboten naja leute schöne teile auf das ist traurig dass sie es verboten sind und dann wie immer bis dann und